Hallo, mein Name ist Doris Beer. Ich bin seit 1997 bei Rehau in der Pressestelle tätig. Meine Hauptaufgabe ist die interne Kommunikation. Viele Mitarbeiter kennen mich wahrscheinlich aufgrund meiner Tätigkeit als Gazette-Redakteurin. In dieser Position fühle ich mich ausgesprochen wohl. Ich freue mich auf jede neue Ausgabe, die damit verbundenen Recherchen und die Berichterstattung für unsere Mitarbeiterzeitung. Ich verfasse pro Ausgabe dutzende Artikel zu den unterschiedlichsten Themen, führe Interviews mit Mitarbeitern sowie Führungskräften und Fachleuten. Es ist immer ein ganz spannender Moment, wenn ich gemeinsam mit einer Kollegin den Umbruch der Gazette, also die Aufteilung der einzelnen Seiten, bespreche. Hier geht es vor allem darum, ob wir alle geplanten Texte und Bilder auch wirklich unterbringen und wie wir die einzelnen Seiten möglichst attraktiv gestalten. Am meisten begeistert mich an meinem Beruf, dass ich ständig neue Menschen kennenlerne. Außerdem schreibe ich unheimlich gern. Also neben Gazetteartikeln auch Pressemitteilungen, Texte fürs Intranet und die Rehau Homepage oder Reden für die Geschäftsleitung. Im Winter gehe ich hier bei uns in der Gegend und wahnsinnig gern Skifahren. Ich finde es total entspannend und ich schöpfe hier auch ab und zu mal neue und kreative Ideen für meinen Beruf. Rehau ist für mich vielseitig.